ein wunderschön wir haben uns ein bisschen vorbereitet ich habe einen schuss um die ecke gemacht genau und hier war nämlich noch eine automatische station und ich schalte mal jetzt eine andere waffe um denn ich glaube wir kommen gleich in den genuss dieser tollen Sündeinheit irgendwo oder auch nicht ist da jemand anwesend ihr angriff aus da ist es jawohl jawohl ja wir geben uns doch mal schnell ins dimpeg so gefällt es mir auf alle fälle haben wir irgendwas verstecktes steaks gut sturmfeuerzeug ist auch gut guckt euch das mal an so lieber nick du trägst jetzt mal kurz diese sachen jetzt bin ich mal gespannt ob du die auch tragen könntest ja du schießt mit deinem revolver richtig ne mit irgendwas okay man kann die waffen auch ausrüsten das wusste ich nicht ja doch er schießt mit so einem revolver ist ja auch egal so ich weiß aber dass er da war vorhin schweinerei komm hacken ja mit b mit b mit b jawoll tumsteuerung noch eine. Wo steht die? Gut, dann schalten wir sicherheitshalber ab. So, und dann möchte ich noch Okay. Oh, ihm hat es gefallen, dass wir gehackt haben. Schön. Aha. Ach, du warst hier schon mal. Muss man ja wissen. Oh. Okay. Ist ja viel mit Knacken diesmal hier. Sicherung. Telefon. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Mein Freund. Was, Bock? Ah, den nutzen wir mal. Der wird sich nämlich hier rausgeschlichen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das hier ist ein finsterer Ort. Bitte zeigen Sie sich. Da sind Sie. Wir haben es gefunden. So, Moment. 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 Na? Woah, 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 woah. Na komm, ihn gönnen wir uns doch, so. Hier ist noch ein... Hier war noch einer. Oh Gott, hier geht's doch so viel weiter. Wo sind wir hier überhaupt? Müssen wir hier überhaupt sein? Moment, was sagt mein Journal? Durchsucht Fort Hagen. Tja, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Tja, ich glaube, wir haben den richtigen gefunden. Ach, wir sind zu schwer. Super. Cool. Psst. Rede weiter. Ja, ja, komm. Meinen Schrott kriegst du wieder. Da, 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 da. Kommen Sie, Festnahme. Oblieg nun primär den Strafverfolgungsbehörden. Na, komm. Oh, ich bin schon richtig auf... Uah. Mit den Viechern wird sich nicht geeinigt. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Kommandozentrale. Schaltplatte. Warum nicht? Ich hätte 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Da draußen ist was. Was war das? Oh, ich brauche doch. Oh. Oh. Ah, Mann. Oh, ich brauche mehr Munition, Freundchen. Oh. Oh. Oh, ich brauche mehr Munition. Es gibt offenbar Leute, die ihr Leben lang am liebsten im Keller wohnen würden. Ja. Das ist schön dunkel. Achso, das ist ein Knistern von dem... Na gut. Na klar. Hier geht's auch nicht raus. Hallo? Ich glaube, ob irgendwas bringt, das werde ich doch wohl auch noch selber entscheiden können, oder? Oh, komm mal her. Psst. Mal sehen, was ich tun kann. Ah. Da bleibst du mal stehen. Na siehste. Richtig. Vollstand Experte, deswegen mach mal. Na siehste, gut so. So. Turmsteuerung. Äh, bitte seien sie vor, sie gehen sich stets. So. Damit sind sie abgeschalten. Und Türfernsteuerung. Na? Geht nicht. Geht nicht. Kommt nix. Vielleicht soll ja nix kommen. Dann machen wir's per Hand. So. Cool. Oh, Kriegsgeld. Kamera. Erste Hilfe. Wow. Was haben wir hier noch? Krams. Gut, weiter geht's. Okay. Was haben wir hier hinten noch? Die Toiletten. Boah, die Musik geht eben auf den Zünder. Auf Dauer. Eine Großraumdusche. Ah, ihr Glück hab ich nochmal geguckt. So. Sensor meldet feindliche Präsenz. Auf Dauer ist die Verzüge. Dann, Kumpel. Hallo. Ach, ich hatte gehofft, dass du blauer bist. Puh. Also ist sein Auftraggeber, wir können ja jetzt schon mal zusammenfassen. Sein Auftraggeber ist auf alle Fälle jemand vom Institut. Ansonsten würde er sich hier nicht, äh, in aller Form hier. Genau. In aller Form hier, ähm, verstecken und sich hier. Provisorische Batterie ist gut. Plasma-Kartuschen. Mhm. Nein. So. Das wär's. Gut, ja. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein. Nö. Und wieder in Deckung gehen und weiter geht's. Da ist... Wir sind fast da. Ich rieche schon die Zigarren dieses alten Söldners. Ja, die Frage ist, ähm... Ich glaube, oder andersrum. Ich glaube, ich vermute mal was folgendes. Ich vermute, er wird sich an uns erinnern. Und ich vermute mal, er wird uns erzählen, dass unser Sohn schon ein bisschen größer ist. So. So. Ah. Komm her. Also das, denke ich mir mal, wird jetzt so passieren. Aufmerksam zu. So, deswegen gehen wir hier mal nochmal schnell. Okay. Aha. Jawoll, ja. Es lohnt sich immer, alles ein bisschen zu durchsuchen. So. Okay. Okay. Ja, ja. Alles in Ordnung. Von wo sind die aber gekommen? Ach, hier geht's ja auch nochmal weiter. Ach, ja je, Miné. Passwort zur Waffenkammer. Na, das kann ich ja gebrauchen. So, dann geht's hier vermutlich weiter. Bewegung entdeckt. Seltsam. Ich glaube, wir sind nicht alle. So, wir haben bald keine Schuss mehr. In der Wamme. Wumme. Wamme. Ei, 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 ei. Wird doch langsam spät. Du warst rum und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Wer das meint. Hey. Kann. Du musst wieder was nehmen. Nicht was für dich tun? Ja, hast du schon. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Richtig. So. Dann wärmen wir uns jetzt mit der hier. Doch ist es nicht zu spät. Für was? Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Ah, Waffenkammer. Öffnen. Jawoll. Jawoll. Ja, toll. Da ist immer noch Krams drin. Und ich muss jetzt immer noch einsperren. So. So. Wie schön. So. Schön. Und nochmal eine Tür aufmachen. Besser ging's nicht. Munition. Automatische Laserpistole. eine Fat Man. Eine Fat Man. Aber nur wegen der Bomben. Atombomben. Wo bist du? Wo ist er? Ist nicht witzig. Wo ist er hin? Wird ja auch Zeit. Ich hatte jetzt aber schon echt gedacht, wer kommt da oder kommt da nicht? Nein, er kann auch natürlich nicht. Ähm. Man sieht leider auch nicht, wie viel er noch tragen kann. Das ist ein bisschen bescheiden. 26 Schaden gegenüber. Hm. Ah, vielleicht schaffen wir es aber so noch. Ein bisschen Wasser. Kriegen wir das hin? Vier. Ja. So. Dann gucken wir einmal kurz hier noch um die Ecke. Was ist das? Ach Mensch, ey. Was ist denn das gewesen? Irgendwas mit G. Stahlfeder-Schraube. Schrott ist das. Gewicht 3. Entschuldigung. Geht nicht. Das ist mir zu schwer. Dauerhaft schwieriger zu entdecken beim Schleichen. Das freut mich. So. Haben wir noch irgendwas hier? Nö. Ein bisschen Klo. Ein bisschen Klo. Mal. Wir gucken mal noch mal. Die Fatman kriegen wir nicht weg. Äh. 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 So. Das war's. Wie sieht der Plan aus? Wisst ihr was? Ich schmeiß die Fatman jetzt hier weg. Das ist zwar. So. Ablegen. So. Zwar schade. Oder? Oder warte mal. Vielleicht feuern wir einfach mal. Ah, nee. Wir können sie immer noch wegwerfen. Nochmal eine Toilette. Ich glaube, wir sind am Ziel. Liebe Leute. Ich glaube. Hier hinter. Geht es weiter. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.